Bitte einfach nicht erschrecken, das ist einfach ein deutsches Voice-Over über das bestehende Video, das ich in Englisch abgedreht habe und ich möchte einfach dafür ein Voice-Over in Deutsch machen, da ich auch in Österreich wohne und mein Unternehmen auch hier ansässig ist und damit einfach mehr Leute darauf Zugriff haben. Du fragst dich vielleicht, was Talk Small Business ist. Es ist eine Videoserie von mir, wo es rund um mein Unternehmen, mein Kleinunternehmen geht und um mich als selbstständige Person und alle Dinge, die damit zu tun haben, wie ich dazu kam, die Ideen etc. Und du darfst gerne immer unter diesen Videos kommentieren, was du vielleicht noch detaillierter von mir und meinem Kleinunternehmen wissen möchtest. Hi, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Nature with X Steffi. Das heutige Thema ist Let's Talk Small Business. What, Why and How. Übersetzt, lass uns mal Small Business reden. Was, wieso, wie. Die Infos, die ihr unbedingt über mein Unternehmen wissen müsst, was ich mache und verkaufe, wie ich es mache, wie ich hier überhaupt gelandet bin. Es ist wie eine Hintergrundgeschichte zu meinem Unternehmen. Heute geht es einmal um mich und wie ich das Ganze gestartet habe. So, lasst uns loslegen. Hi, ich bin die Kleinunternehmerin dieses Kanals. Ich heiße Stefanie, ich bin gerade 19 Jahre alt und werde 20 Jahre in ein paar Monaten. Und ich habe mein Unternehmen gestartet, als ich erst 18 Jahre alt war. Und es ist wirklich überhaupt nicht üblich, dass man frisch aus der Schule kommt und mit so einem jungen Alter ein Unternehmen gründet. Aber hier bin ich nun. Ich habe ein Kleinunternehmen gegründet. Es läuft super. Es kann immer nur besser werden. Ich bin sozusagen in meiner zweiten Startphase, da ich zurück in August 2023, wo ich mich selbstständig angemeldet habe. Ich zwar aus der Schule war, aber mich noch immer intensiv auf die letzten zwei Matura-Prüfungen vorbereitet habe, die ich eben im Januar und Februar dieses Jahres hatte. Ich habe mich also nicht hundertprozentig auf mein Unternehmen fokussieren können und hatte somit einen etwas rumpeligen Start. Also ist das sozusagen mein neuer Start. Denn ab März kümmere ich mich Vollzeit um mein Unternehmen. Und ich hoffe, dass sich die ganze Mühe und Arbeit bald lohnen wird und ich es auch sehe. Das ist was, was ich mir wünsche. Der erste Punkt wäre, wieso ich mich überhaupt dazu entschieden habe, selbstständig zu sein. Besonders in einem so jungen Alter. Also ich muss sagen, ich war nie diese Person, die gerne für jemand anders arbeiten würde, weil es einfacher ist, weil man regelmäßig bezahlt bekommt und sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss, als seine Arbeit fertig zu bekommen. Ich kann mich selbst einfach nicht in dieser Situation sehen, als Mitarbeiter, Angestellte oder Arbeiterin für jemanden anders, für jemanden anders. Wenn mit großer Wahrscheinlichkeit der Chef oder die Chefin eine komplett andere Einstellung haben wie ich. Ich lasse alle Menschen so sein, wie sie sind, aber ich muss mich nicht zwingend mit solchen Personen umgeben. 24-7, besser gesagt 9-5 und das ganze 5 mal die Woche. Wenn sie komplett andere Ethiken haben. Ich habe vor ein paar Jahren eine Erfahrung gemacht, als ich als Praktikantin drei Monate gearbeitet habe. In diesem Unternehmen war auch ein Lehrlingsmädchen meines Alters angestellt. Sie hatte damals oder hat noch immer, wie der aktuelle Stand ist, weiß ich leider nicht so genau mentale Probleme und musste dafür sich eine Auszeit nehmen. Und ich habe es einfach für falsch empfunden, dass sich ihr Arbeitgeber nur dafür interessiert hat, wann sie wieder arbeiten kann und nicht wie es ihr geht. Das war meine Meinung oder meine Sicht der Dinge, was ich eben mitbekommen habe. Und ich weiß nicht, ich weiß zwar, dass jeder Arbeitgeber oder Arbeitgeberin zum Glück nicht so sind, aber viele sehen in ihren Mitarbeitern einfach nur das Geld, dass diese eben für sie erarbeiten können und das finde ich einfach grundsätzlich falsch. Es tut mir wirklich leicht, dass ich mich manchmal verspreche. Ich habe zwar alles aufgeschrieben, aber ja, Fehler passieren und ich möchte das nicht so viel bearbeiten, da ich momentan wirklich in einem Stress bin, weil ich am 8. August neue Produkte in meinen Shop stellen möchte und die müssen eben noch fertig genäht werden. Also mache ich das kurz und bündig, aber ihr wisst es dann, um was es geht und wenn ihr englisch versteht, dann könnt ihr auch gerne die andere Version, die sozusagen vollkommene, die erste anhören, aber wenn einem einfach nur Deutsch liegt, dann ja tut es mir leid, dass ich ein paar Versprecher habe. Also wo waren wir? Das war auch so ein Punkt im Leben, wo es einfach bei mir Klick gemacht hat und ich gesagt habe, ich will eindeutig nicht so ein Leben, wo ich für eine andere Person arbeiten gehe, die nur an Geld denkt und nicht dankbar für ihre Mitarbeiter, die er sie hat, ist. Ich möchte eher nicht so sehr abschweifen und stundenlang über meine familiären Uneinigkeiten reden, aber es gehört schon fast dazu, weil es mich sicher auch beeinflusst hat in meinen Entscheidungen, nämlich mein Vater, der ist eben auch nur auf Geld aus, der hat nur Geld in seinen Augen und ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber ich kann schon fast behaupten, dass Geld sogar wichtiger ist als ihm, ist als die Familie. Und wenn man mit so einer Person aufwächst, möchte man solchen Personen lieber im Leben aus dem Weg gehen, weil man weiß, wie sie sich benehmen und wie sie handeln. Und ich möchte auch kein Leben haben, wo ich jeden Tag aufstehe, arbeiten gehe, heimkomme, eventuell was essen oder auch nicht und schlafen gehe und das Ganze dem nächsten Tag eben wiederhole mein ganzes Leben lang. Momentan schaut es leider aber auch so aus, dass ich persönlich ein paar Stunden arbeiten gehen müsste, weil es eben doch nicht so ganz rund um geht, aber dann würde ich mir auf jeden Fall eine Arbeitsstelle aussuchen, die wenigstens etwas mehr in meine Ethiken gehen als so man andere. Es ist eine der Risiken, die man eingeht, wenn man generell ein Unternehmen startet. Also muss einem bewusst sein, bevor man schon ein Unternehmen startet, dass man dann eventuell Dinge tun muss, wo man sich gewünscht hätte, diese nie machen zu müssen. Aber zu dem ganzen Finanzthema, falls ihr jedenfalls Interesse habt, gibt es noch ein extra Video. Also schreibt es mal unten in die Kommentare, ob Interesse besteht. Also zurück zu, wieso ich mich dafür entschieden habe, selbstständig zu sein. Wie schon zuvor erwähnt, ist es einfach nichts für mich angestellt zu sein. Und das hat mehrere Hintergründe. Ich bin zum Beispiel auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Fast jeder in unserer ländlichen Gegend hatte einen oder hat noch immer einen. Und neben unserem Haus, also neben dem Haupthaus, war eben ein kleiner Baugrund. Und ich habe schon damals auf einem Blatt Papier meinen eigenen Hofladen gezeichnet, wie er eben von außen ausschauen würde und sogar wie es innen sozusagen organisiert wäre. Also ich wollte wirklich einmal den Hof übernehmen und die ganzen Produkte, die ich dort produziert hätte, in meinem eigenen Hofladen verkaufen und vielleicht noch von den anderen Bauernhöfen ihre Produkte in meinem Laden verkaufen. Wie so ein kleiner lokaler Einkaufsladen. Und als ich sogar noch jünger war, wollte ich Tierärztin werden mit meiner ganz eigenen Praxis. Weil wir des öfteren bei Tierärzten, bei besonders einem Tierarzt waren mit unseren Katzen. Wir hatten immer viele Katzen. Und es hat mich einfach fasziniert, wie das Ganze so abgelaufen ist und ich wollte das einfach mal selbst machen, wenn ich groß bin. Und das alles hätte auch vorausgesetzt, dass ich eben selbstständig gewesen wäre oder selbstständig, ähm, selbstständig geworden wäre. Und das könnte eben auch mit meiner jetzigen Selbstständigkeit zusammenhängen. Als es eben klar war, dass ich selbstständig sein möchte, ging es nun darum, was ich genau machen würde als selbstständige Person. Ich dachte mir, ich würde Künstlerin werden, aber ich bin nicht so die Person, die 24-7 motiviert ist, ähm, in diesem Rahmen kreativ zu sein. Ich male gern, ich zeichne gern und ich probiere es auch jetzt wieder aufzunehmen. Aber damals war es eben nicht vorstellbar. Und besonders war es für mich nicht vorstellbar, in einem kleinen Zeitraum, in einem kurzen Zeitraum, ähm, Geld damit zu verdienen. Man würde jetzt dafür keine Ausbildung brauchen oder so. Aber es war für mich einfach nicht vorstellbar damals und momentan ist es auch noch nicht vorstellbar. für mich vielleicht später, aber momentan eben nicht. Weiteres habe ich eben ans Nähen, Stricken und so Hegund gedacht. Dabei muss man beachten, dass wir in Österreich einmal drei grundlegende Anforderungen hat, bevor man überhaupt ein Unternehmen anmelden kann. Man muss 18 sein. Man darf, ähm, noch nicht mit dem Gesetz in Kontakt geraten sein, was eben den Finanzsektor betrifft. Und man muss eine Staatsbürgerschaft von einem der Europäischen Unionsmitgliedern haben oder der Schweiz, wenn ich mich recht erinnere. Und das hatte ich alles. Und wir haben eben eine ganze Liste der freien Gewerbe, die man eben ohne weiteren Anforderungen ausüben könnte. Und dabei ist mir zwar sofort Naturkosmetik in den Sinn gekommen, weil es auch auf der Liste stand. Und nein, es stand auf der Liste. Man würde nichts mehr weiter brauchen als diese drei Dinge. Aber man müsste vieles abgleichen, vieles ins Labor schicken, damit es auch wirklich nicht schädigend ist für die Person, die es verwenden würde. Und das war für mich als 18-Jährige halt einfach zu viel Aufwand, muss ich sagen. Und das war für mich jetzt auch noch immer etwas zu viel Aufwändig, zu viel nervig. Ich mache es jetzt für mich persönlich. Mache ich es liebend gerne und für Familien und Freunde. Aber so als Gewerbe, als Unternehmen ist es mir noch nicht ganz stimmig. Also habe ich einfach weiter geschaut und mir ist dann erst mal so Teppichweben in den Sinn gekommen. Aber da ich eben keinen Webstuhl habe und das ohne sehr schwer und zeitaufwendig war, muss ich irgendeine andere Idee finden. Und als nächstes dachte ich mir gestrickte Sachen, gestrickte Socken, Schale, Mützen, etc. Aber ich habe mal Socken gestrickt. Ich stricke noch Socken, eher im Winter. Aber da hat eine handgestrickte lange Socke 26 Stunden gebraucht. Ich habe dafür 26 Stunden gebraucht. Und man muss sich dann einfach mal nur ausrechnen, wie viel Geld eine Socke kosten würde und dann das mal zwei. Und dann, ja, es ist sehr für den Kunden, wäre es sehr kostenspielig. Weswegen auch wahrscheinlich keiner diese kaufen würde der nicht irgendwie mehr als mittelklassig reich wäre. Und als drittes kam Taschennähen. Und das war es. Ich wollte also nachhaltige Taschen aus untypischen und gebrauchten Materialien nähen, wie so verzeichnet wird. Die Herstellung von Taschen aus untypischen und gebrauchten Materialien. Und was ist jetzt? Ich habe ein nachhaltiges Taschenunternehmen. Und seitdem ich es wusste, habe ich alle Stoffe Secondhand-Kleidung von Freunden, Familien zusammen gesammelt, um das Ganze zu beginnen. Also, was mache ich jetzt? Mir ist noch nicht aufgefallen ist, ich nähe nachhaltige Taschen aus Secondhand-Stoffen und Secondhand-Kleidung. Dafür habe ich sogar vor kurzem erst zwei Kleiderschränke voll von Stoff bei einer ehemaligen Schneiderin gekauft, weil sie gesundheitsbedingt eben diese nicht mehr verwenden kann. That's Sustainability. Und ich muss sagen, ich liebe es einfach. Ich bin von Haus aus eine sehr kreative Person. Man sieht es in meinen Hobbys, wenn man mich persönlich kennt, dann weiß man, dass ich einfach sehr kreativ bin. Ich mache gerne Dinge, ich mache selbst gerne Dinge und ich habe zu jedem einfach eine Idee. Ob diese dann im Endeffekt gut sind oder umsetzbar sind, eine andere Sache. Aber ich habe immer für jedes Problem eine Lösung parat. Und ich muss sagen, ich liebe es einfach nur. Wie gesagt, ich bin eine sehr kreative Person und kann so gut meine Kreativität nutzen, um meine eigenen Taschen zu designen, zu entwerfen und zum Leben zu erwecken. Das war eines der Dinge, das ich unbedingt machen wollte, dass ich etwas selbst entwerfen kann und das eben dann danach eben auch nähen kann, damit sich auch andere Leute an meiner Idee erfreuen kann. Und ich muss sagen, jedes Mal bin ich von mir selbst verwundert, dass ich die Schnittmuster ohne jegliche fremde Hilfe mache. Einfach so. Vor allem aus meinem Kopf raus, ohne dass ich jemals eine Modeschule oder ähnlichen Kurs besucht hätte oder einfach YouTube Videos geschaut hätte. Ich habe wirklich null Erfahrung in Schnittmuster machen. Also so von anderen Personen gelernt. Das ist alles aus meinem Kopf heraus. Und es ist einfach echt faszinierend. So wie man jetzt weiß, mache ich nachhaltige Taschen aller Art und ich nehme sogar personalisierte Bestellungen an. Also einfach mit mir Kontakt aufnehmen, via Instagram, via E-Mail und dann würden wir das sicherlich hinbekommen. Meine Taschen sind nachhaltig, einzigartig und handgemacht mit sehr, sehr viel Liebe. Diese drei Dinge sind einfach etwas, was mein Unternehmen ausmacht. Also Nachhaltigkeit, Einzigartigkeit und die Wertschätzung von handgemachten Produkten. Ich lebe auch einen nachhaltigen Lebensstil, also möchte ich auch, dass sich das in meinem Unternehmen widerspiegelt. Also mache ich Taschen aus Stoff und Secondhand-Kleidung. Wie schon erwähnt, diese bekomme ich meistens von Freunden, Familie und den Stoff bekomme ich eigentlich von überall her. Flohmärkten, Secondhand-Shops oder wie schon erwähnt von anderen Leuten, die diese nicht mehr verbrauchen können, nicht mehr benötigen, über Plattformen, man wie zum Beispiel will, haben in unserer Region. Dazu mache ich aber vielleicht, mache ich noch ein separates Video im August. Also bitte einmal abonnieren, wenn sie das nicht verpassen wollen, oder ihr schaut einfach wieder rein im August. Es ist auch wichtig für mich, damit Personen, dass Personen eben nicht denken, dass nachhaltige Mode und Slow Fashion nur hässlich oder langweilig sein muss, muss es nicht. Meistens ist diese Kleidung aber eher so basic gehalten, wenn man im nachhaltigen, neuen Sektor-Shop das einfach zum Nähen ist. Ich verstehe das vollkommen. Ich mache auch selbst, oder nähe selbst auch manchmal meine eigene Kleidung aus Vorhängstoffen meistens. Aber ich möchte halt einfach zeigen, dass es nicht immer basic sein muss. Es kann auch mal schick und einzigartig sein. Und deswegen mache ich meine nachhaltigen Taschen. Einfach den Leuten mal eine andere Sichtweise von der nachhaltigen Modewelt zeigen, mit meinen stylischen, nachhaltigen Taschen. Mein größtes Ziel ist es einfach, dass ich den Menschen zeige, dass sie einfach handgemachte Produkte wieder mehr wertschätzen sollen. Noch bevor ich geboren war, hat jeder das eigentlich wertgeschätzt. Aber jetzt geht es leider nur mehr darum, um den billigsten Preis zu bekommen. Ich verstehe es vollkommen, wenn man nicht viel verdient. Aber das größte Problem dabei ist, dass die Preise einfach steigen und das Einkommen nicht. Aber dabei muss man immer darauf achten, was man wirklich braucht oder was man einfach nur so haben möchte, weil es schön ist. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe ein paar kleine Versprecherchen gerade. Ich rede schon zu lange. Wie ich eben schon erwähnt habe, möchte ich auch zeigen, dass Slow Fashion nicht langweilig sein muss. Aber es kann sein, dass man nicht immer sich etwas leisten kann, zum Beispiel wöchentlich oder zehn Kleidungsstücke wöchentlich. Aber vielleicht kauft man sich dafür ein Kleid in drei Monaten, weil man eh so oder so schon viel Klamotten zu Hause hat, welches von einer lokalen Schneiderin genäht wurde und welches definitiv nicht von Kinderhänden genäht wurde oder wo die Leute schlecht bezahlt worden sind. Das Wichtigste ist dabei, dass man sich bewusst wird, nur weil ein Kleidungsstück oder eine Tasche von einer bekannten Marke stammt, setzt es nicht voraus, dass sie in besseren Verhältnissen als die Billigware produziert worden sind. Meistens sind die ebenfalls von Kinderarbeit und unfeuern Bezahlungen oder schrecklichen Arbeitsbedingungen geplagt. Dabei können ein normales No-Brand-Name-Shirt in den gleichen Umgebungen wie ein teures Markingshirt hergestellt werden. Nur das eine wird um das zehnfache teurer verkauft als das andere. Heute denken noch Leute, dass wenn es eine berühmte Marke ist, muss es ja in besonderen Verhältnissen gemacht worden sein. Man muss sich das einfach mal bewusst werden, dass es einfach nicht so ist. Man muss einfach auch vorsichtig sein, weil viele Marken auch sagen, sie werden nachhaltig wie Mischeein und dergleichen und würden ihre Mitarbeiter fair bezahlen. Ja, vielleicht bezahlen sie ihre Manager und den Bürodamen ein anständiges Gehalt, aber nicht den Arbeitern, die die Kleidung eigentlich nähen, eigentlich machen. Sonst würde man sie einfach nicht so billig verkaufen können. Ich möchte einfach damit sagen, dass man auch nicht alles braucht, was man sieht. Außer meine Taschen natürlich. Wenn dir eine gefällt, kauf sie. Sie ist nachhaltig produziert und kommt definitiv nicht von Kinderhänden. Sie sind made in Europe, made in Austria, made in Styria, um ganz genau zu sein. Also kann man sich ganz viele meiner Taschen kaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich möchte einfach, dass die Leute ihre Dinge, die sie schon haben und schon besitzen, mehr wertschätzen und einfach viel mehr benutzen. Fertig benutzen, bis man einfach das Shirt nicht mehr anziehen kann, weil schon ein riesen Loch drinnen hat, eventuell. Ich möchte einfach, dass sie viele Sachen einfach mehr benutzen und sie einfach nicht wegschmeißen, nur weil man, weil es einem nicht mehr gefällt und kaufen einfach neue, ohne sie jemals getragen zu haben oder eben benutzt zu haben. Und sie schmeißen sie weg, kaufen neue. Ähm, ja, das war ein bisschen, ein bisserl falsch am Platz. I am sorry, das flührt aus wie nein. Man muss nicht immer jeden Trend folgen. Man muss einfach besonders bei der Kleidungswahl seinen eigenen Stil finden. Das habe ich auch müssen und das muss oder sollte jeder. Aber dann wird man nicht mehr so einfach von Trends, ähm, wie heißt das, von Trends einfach in den Bann gezogen, weil man schon weiß, was einem gefällt und dann gefällt einem auch nicht mehr alles, was man eben sieht. Und das waren einfach so ein paar Ziele oder Missionen, die ich mir persönlich gesetzt habe für mich und mein Unternehmen und vielleicht kann ich eines Tages die Modebranche zu einem etwas mehr mehr nachhaltigen Platz machen. Ist halt nur ein klitzekleiner Traum von mir. Handgemachte Produkte mehr wertschätzen, weniger verschwenden, Slow Fashion statt Fast Fashion unterstützen und ein klitzekleines bisschen mehr Nachhaltigkeit im Leben. Auch ich bin nicht das perfekte Beispiel, was einen nachhaltigen Lebensstil betrifft. Aber ich gebe mein Bestes. Ich kaufe meine Kleidung nur mehr Second Hand und wenn ich einmal ausziehe, werde ich auch meine Möbel von Second Hand Plattformen holen. Einfach mehr genießen. Die Dinge, die man hat, nicht gleich wegwerfen. Vielleicht lieber upcycling oder jemand anderen geben oder verkaufen, der dann noch länger damit Freude hat. Und einfach etwas mehr mit der Natur leben als gegen sie. Und man muss einfach einmal den ersten Schritt machen, weil sonst kommt man nie voran. Und Schritt für Schritt eine nachhaltige Aktion um die andere. Und man hat eine ganze Kugel von Nachhaltigkeit, die dein Leben einfach schöner macht und dem Planeten auch eine Erleichterung ist. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch eine ganz wichtige Information geben. Am 8. August 2024 um 8 Uhr in der Früh werde ich meine neue abstrakte Kollektion in meinem Online Shop reinstellen und auch ein paar eurer Lieblingstaschen nachfüllen. Also einfach in der Kalender eintragen, damit ihr es ja nicht vergesst. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr etwas für euch selbst oder eure Liebsten kaufen würdet, natürlich aus meinem Online Shop bestellen, kaufen würdet. Es würde mich einfach wirklich überglücklich machen, mehr und mehr Menschen mit meinen Taschen zu sehen und wie sehr sie sich über diese freuen. Wenn ihr Ideen für mein nächstes Video habt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und vielleicht ist deine Idee mein nächstes Video. Und vergesst nicht, mir ein Like, einen Kommentar da zu lassen. Natürlich würde ich mich um eine positive Rückmeldung am meisten freuen. Es ist klar, dass es eindeutig nicht einfach ist. Es ist klar, dass es eindeutig nicht einfach ist, ein Unternehmen zu gründen, besonders wenn man so jung ist. Aber ich gebe mein Bestes, meine Träume wahr werden zu lassen. Bleibt dran, seid positiv, arbeitet hart und es wird sich auszahlen. Und ich hoffe, gleich wie meine Träume werden auch eure Träume wahr und werden alle erfüllt. Und seid mutig, neue Dinge auszuprobieren. Und habt keine Angst davor. Auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, probiert es einfach nochmal in einer anderen Weise. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr es später bereuen werdet, wenn ihr es überhaupt gar nicht ausprobiert. Also probiert es einfach aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass im Endeffekt einfach ihr versagt habt, was nicht schlimm ist, weil Fehler macht jeder und alles ist einfach nicht für jeden bestimmt. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Also schönen Tag noch und tschüss.